So, meine Damen und Herren, Vorlauf A, Einsteigerklasse. Wie gesagt, das sind so viele Vorzeuge, dafür wurden sie unterteilt. Und in Führung, die 31 E-Watt, Scherdenfahrt, E-Watt, auf den Tor, die Arten. Scherdenfahrt, E-Watt, Scherdenfahrt, E-Watt, Scherdenfahrt, E-Watt. Und hier kommt die Spitze in Führung, die 1 und 3, die eranziert entfassen. Auf der 2, die 28, die Spitze der Christina, und auf der 3, die 46, folgt der Stadion, schon geht's in die nächste Runde. Achtung Fahrerlager, Achtung Fahrerlager, 4 und 4, 8 und 5, 3 und 9, 2 und 3, 5 und 9, 5, 10, 11, 6, 15, 6 und 6. Stadion Fahrerlager, B-Einsteigerklasse, Stadion Feuerlager, 4 und 5, 8 und 5, 3 und 9, 32, 95, 5, 10, 11, 6, 15, 16. Ausgaben Fahrzeuge fertig machen, Dorn noch zum Vorstand wollen wir gehen. Hebenzeit, Ausgaben Fahrzeuge fertig machen, Laden fahren, werden 3, die 6. Startnummerung 105, 105, 108, 108, 106, 215, 303, 108, 109, Fahrzeitreglar machen Sie so fortındaki Rolllichkeit. Noch 2 Röle für die Priorität mit Stammnummer 31, Eva Zieretzstadt! Dann auf der Zwei, die Acht und Zwei, Christian Adesina, auf der Drei, Sengenberg, Konten, Dari, auf der Vier, die Liebe, Robert, Quentil, so geht es in die nächste Woche. Top Mechaniker. Aber ich wohne nicht drin. Die haben es hier zu drehen, oder? Ja, ja. Brenzlos, der Schuss. Der Schuss ist sehr nah. Ja, du kannst aber ja runter jetzt, was wir da haben. Ja, das ist ja gut. Was? Ja, das ist ja gut. Wir sind hier ohne Sau. Keine Chance. Der Wahnsinn. Super fahren. Ja, der war auch nervös. Dann war überall wo gelb war, dann wurde er auch schnell. Er hat auch bisschen mehr Traktion. Er kommt aus den Kurven, dann kommt der Beste raus. Hallo. Und hier kommt die Siegerin. Vorlauf A, Rennen 12. Einsteigerklasse. Startnummer 0, 31. Ewan Jennifer, herzlichen Glückwunsch. Auf der 2, die 28, schnitzelisches Diener. Auf der 3, die 46, vor uns ist der Starwinde. Auf der 4, die 7, Robert. So, wer kommt... So, Start nach Volten vorlaufen. Wir stehen Rennen 12. Einsteigerklasse. Abkammer raus! Jetzt wird noch die 93 Sprachsage aus der 2i4.50 Haar Maximilian. So kommt die erste Runde. Die hat den 3i4.50 Haar Maximilian. So last ist der 1.9 1,5. Jetzt wird noch eine dritte Runde. So ist das ein, 2.8 Heckt neben mir. So ist die 3.5 Uhr relativt. So ist die 3.5 Uhr relativt. So ist die 3.5 Uhr. So ist das 18.5 Uhr. So ist die 3.5 Uhr. Die Bügelbauerei, die hätte man auch viel dabei getraut, ob du letztlich nicht so viel Schaden hast. Ich sag, die erste Bügelerei, die da hat, da sind hier zweimal der so rückgültige Fahrrad da, der hellblaue. Da ist ja was voll rumgerast. Den Neuer, den du dich nicht berührst, du hast ja schon gesagt. Na gut, der Bögel ja, klar. Ne, da muss man sorg'n, da raus noch je mehr, sich essen bis jetzt. Achtung Fahrerlager, Achtung Fahrerlager, Renne 13, Startnummer 5, 155, 155, 155, 156, 156, 156, 156, 156, 205, 109, Lady Cup, bitte kommt, ist los, 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 los. Ja, 155, 150, 108, 108, 156, 205, 109, Fahrzeuge fährt, wir machen uns sofort zum Vorschlag vor. Ja. 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 Ja, aber natürlich. Du darfst nur nicht die Scheunen im Polzimmer so weit auflassen. Du hast ja zweimal unnötig einen kassiert. Hier vorne innen fährst du immer mit dich, da musst du zu machen. Und hinten bist du auch immer aus. Ja, hinten, 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 hinten. Das ist ja auch nicht so. Das ist ja auch nicht so. Ja, zwei, zwei, drei, drei, zwei, drei, drei, zwei, drei, zwei, zwei, zwei. Ja, unten. Ja. Das ist ja auch nicht so. Ja, das bringt die Natur. Ja, wir waren nicht. Wie sind die Zil? So, und hier kommt der Sieger dieses Reines, die vier und wirft, das Maximilian Ernst Dichel-Bleckmann. So, und hier kommt der Sieger des Reines.